Guten Morgen! Wir laufen jetzt gerade auf Corfu ein, liegen da gegen 8 Uhr an und haben um 8.30 Uhr dann den Landausflug. Gestern war noch wieder ein richtig schöner Abend. Da haben wir so eine Show mit Aberlieder geschaut. Es war eher ein kleines Konzert, so ein Trio. Leider nur 30 Minuten, da hätten wir uns auch länger anhören können, war richtig gut. Leckeres Essen wie immer und jetzt freuen wir uns erstmal auf den Sisi Palast und den Stadtspaziergang durch Corfu Stadt. Ich bin schon gespannt. Wir waren ja hier schon mal vor ein paar Jahren. Da waren wir auf eigene Faust los. Jetzt gucken wir mal, wie die geführte Tour wird. Jetzt geht es aber gleich erstmal frühstücken, bevor wir dann von Bord können. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.